Vielen Dank für die ersten 50 Abos. Schön zu sehen, dass ich meine Videos nicht nur für mich mache. Wo andere über 10.000 oder 100.000 Abonnenten sprechen, freue ich mich ehrlich über diese 50 Menschen, welche sich für mein Schaffen interessieren. Darum werde ich alles unternehmen, um die Qualität der Videos zu verbessern. Und ich hoffe doch, dass dadurch dann auch Betrugsfälle verhindert werden können. Also nochmals vielen Dank und Servus bis zum nächsten Video.